Die richtig kack-position. Wenn wir uns zurückziehen haben, ein bisschen, ne? Ist vorbei. Und das ist ein Rampart. Fuck! Oh! Nee! Du musst zur... ja. Bleib da ganz in der Ecke. Hoffen wir mal, dass das Gas ausweicht. Wenn wir jetzt kreifen werden. Das war's. Nochmal gleich die Drohne draußen, EMP. Ja, geht nicht. Die ist tot. Geht wirklich gar nichts zur Runde? Nee. Schieß mal, Digga. Deck meinen Arsch. Da waren mehr drin, Benni. Da oben kommt noch einer. Ja! Ja! Diggi, komm! Digga, du bist ein Gott! Du bist ein Scheißdorfer! Wir müssen hier weg! Wir müssen hier weg! Eva Power! Eva Power! Eva Power! Wir haben noch 31 Minuten. Ich hole ihn das mal wieder. Lootet euch! Lootet euch! Lootet euch! Wir haben noch ein paar Sekunden. Wir müssen ja nur da raus, glaube ich. Diggi, hier ist irgendwas Goldenes drin. Evo steht da. Heile meine Wunsch! Ober! Hu! Komm, wir müssen hier weg! Digga, du bist ein Gott! Komm, wir gehen! Wir müssen hier weg!